Wunder-schön! Es ist ein Glasgemälde, gemalt mit Glasfarben auf Akrylglas. Es ist so groß, 7 x 7 cm. Hier kann man sehen, so schön als Schatten. Mit Sonnenlicht natürlich viel viel schöner. Ein Akrylaufsteller, da stellt man Gemälde hin und so wunderschön sieht es aus. Auf dem Tisch, auf dem Fensterbrett. Gemalt mit Glasfarben auf Akrylglas. Das ist hinten und hier vorne. Gemälde kann man wischen mit Wasser, kein Problem. Man kann auch als Fensterbrettdekoration benutzen oder für das Fenster direkt. Ich zeige gleich, wie möglich mit so einem Saugknopf. Hier das Gemälde. Man macht so drauf. Zack! Und dann auf das Fenster. Marachowska Art. Original Glasgemälde. Gemälde. Akrylaufsteller. Und Saugknopf. Das ist aus, wenn ich arbeite. Hier ist nochmal die Beschreibung auf Deutsch. Und das Gemälde, das ich gezeigt habe. Das ist noch nicht im Shop, aber bald. Ich mache gerade Fotos. Ich habe viele andere Gemälde. Schaut unter oben in meinem Profil. Da steht Link. Und scrollen Sie diesen Link. Klicken, scrollen. Und da wo Shop steht, landen Sie in meinem Shop.